Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zur 16. Vorlesung NANO im Wintersemester 2021-2022 an der Universität Konstanz im Fachbereich für Physik. Wir sind kurz vor Weihnachten, 17. Dezember. Es gibt noch eine Vorlesung nächsten Dienstag und am Freitag in einer Woche, da ist dann der Heilige Abend, der 24.12. und damit die Weihnachtspause. Und wir sind schon tief im Stoff drin mit Nano. Ich bin immer noch in Kapitel 4 mit den Gesetzen, aber jetzt geht es um die Gesetze der Nanopartikel selber, also was die geometrische und was die elektronische Struktur oder die Strukturen der Nanopartikel abweichend von den bekannten Strukturen der Festkörper. Und das macht ja diese Tierchen, diese kleinen Nanopartikel und Cluster so interessant. Sie haben eben abweichende elektronische Eigenschaften, beispielsweise können Metallcluster eine Bandlücke haben und Bandlücke heißt, sie sind halbleitend. Oder sie haben eben ganz andere Farben, so wie diese Cadmium-Selenit-Nanopartikel in Lösungen, die in den unterschiedlichsten Farbengrößen abhängig fluoreszierten und so weiter. Also neue Eigenschaften, geometrische Strukturen. Und das gehört noch mit in dieses Kapitel 4 hier aus diesem populärwissenschaftlichen Buch, die Gesetze. Und dann geht es weiter zu den Werkzeugen. Das ist also Rastatunnel-Mikroskop, Elektronen-Mikroskop, Elektronenstrahl, Lithographie, diese ganzen Lithographie-Methoden. Das sind ja auch ganz wichtige Punkte für die Nanotechnologie. Nicht nur, dass wir die Gesetzmäßigkeiten im Nanobereich verstehen, sondern auch, dass wir als Menschen irgendwie die Möglichkeit haben, da Eingriff zu nehmen. Also, dass wir bauen können im Nanobereich, was die Natur ja schon perfekt beherrscht. Ja, also heute, 17.12. Geometrien der Nanostrukturen und mit dem geometrischen Schalenmodell hatte ich letztes Mal in der Doppelstunde schon angefangen. Hier nochmal mein inneres Inhaltsverteilnis nur von diesem Kapitel 4, was eben ein bisschen sehr lang geworden ist. Hier sind wir aber jetzt inzwischen ganz unten bei der geometrischen Struktur der Nanopartikel und Cluster. Und das letzte Mal hatte ich schon diese Ico Saeda-Strukturen angeführt. Dass die in der Welt des ganz Kleinen für Systeme, also hier, das sind Edelgas-Cluster, also Xenon-Cluster zum Beispiel, Cluster, hatte ich schon erklärt, sind besonders kleine Nanostrukturen, bei denen man genau wissen muss, aus wie viel Atom bestehen sie denn, weil die Eigenschaften der Cluster mit jedem Atom variieren können. Das ist also eine atomgenaue Massenseparation vor dem Experiment notwendig. Also ein Gold-55-Cluster kann ganz andere Eigenschaften haben als ein Gold-56-Cluster. Und der 55er, das ist hier einfach ein ganz einfaches Modell, das kann man sich auch zu Hause aus Tischtennisbällen zusammenkleben, der hat so eine Ico Saeda-Struktur, weil das eine Minimalisierung der Oberfläche ist. Also es gilt auch für Wassertropfen oder, ja übrigens auch für Planeten, die sind immer rund. Warum sind Wassertropfen und Planeten rund? Weil das, was an der Oberfläche ist, dem fehlen die Bindungen nach außen, da ist ja nichts mehr. Und wenn so ein Objekt an der Oberfläche, wenn das also die Hälfte an Bindungen in den oberen Halbraum nicht hat, dann ist es energetisch ungünstig. Und deswegen will jedes Objekt, solange es also einigermaßen plastisch ist, also zum Beispiel flüssig ist, möchte seine Oberfläche minimieren. Und wenn wir eine bestimmte Menge an Substanz haben, also irgendeinen Krümel, und wollen die Oberfläche minimieren, dann ist die Lösung eine Kugel. Denn die Kugel hat mathematisch gesehen das größte Volumen bei der kleinsten anteiligen Oberfläche. Also bei einer Kugel sind die meisten Objekte im Innern, also das überhaupt möglich ist. Ein paar Sachen müssen ja an der Oberfläche sein, weil ein endliches Partikel hat ja nun mal eine Oberfläche. Und jetzt kann man sich fragen, warum sind denn dann Planeten rund, weil sie sind ja nicht flüssig. Die kann ich ja zum Beispiel einfach als Würfel schneiden, wenn ich das könnte, und dann wäre es eben Würfel. Das stimmt nicht, weil eben die Planeten im Innern erstmal sehr heiß sind, das ist Lava und die ist flüssig, aber selbst festes Gestein, wenn es also nicht so heiß wäre, wenn der Planet, wie unser Mond, schon durch abgekühlt ist, selbst dann ist Gestein unter diesen enormen Drücken, die im Innern von Planeten oder auch Monden herrschen, eben einigermaßen plastisch und im Laufe der Jahrmillionen würde sich ein Mond, der als Würfel geschnitten wurde, zu einer Kugel umformen, so ganz langsam, aber plastisch eben doch zur Kugel werden. Ja und für sehr, sehr kleine Kugeln aus wiederum noch kleineren Kugeln, also Kugeln aus Kugeln, genauer gesagt kugelförmige Objekte, die ich aus Tischtennisbällen zusammenklebe, da ist eben die Lösung ein Ico Saeda. Und das Besondere in Abweichung vom Festkörper ist, Ico Saeda haben hier, wie bei diesem 561er Cluster, haben eben diese fünfzähligen Symmetrieachsen, die es in Festkörpern nicht geben kann. Und im Zweidimensionalen gibt es das Analoge, aus gleichseitigen Fünfecken kann ich keine flächenfüllende Form aufbauen, also kein Mosaik, also aus Vierecken oder aus Waben, da kennen wir das ja, die kann ich nebeneinander setzen, da bleiben keine Lücken, wenn ich also wabenförmige oder auch einfach viereckige Kacheln habe, dann kann ich damit eine Wand zupflastern und da sind keine Lücken, weil alle Vierecke passen zueinander. Mit fünf Ecken geht das nicht, da bleiben Lücken. Und so ist das auch im Dreidimensionalen, wenn ich fünfzählige Symmetrieachsen habe, dann geht das nicht periodisch. Was bedeutet, Ico Saeda hat diese Optimierungsaufgabe gelöst, er hat anteilig die geringste Oberfläche, als Lösung dieses Geometrieproblems, wie kriege ich lauter kleine Bällchen zusammengepackt, dass möglichst viele Bällchen im Inneren sind und möglichst wenig an der Oberfläche, kommt Ico Saeda raus. Aber das kann nicht ins ganz Große weiter expandiert werden zu immer größeren Systemen hier, müsste also irgendwann ein Umschalten der Kristallstruktur im Inneren geschehen, hin zu FCC, also der dichtesten Kugelpackung. Das ist nicht die dichteste Kugelpackung hier. Gut, und dass das tatsächlich so ist, das wurde also in Konstanz unter anderem auch dann tatsächlich bewiesen, das war hier, hier ist die, kann man das sehen, muss ein bisschen zur Seite gehen, von Eckart Recknagel, die Arbeitsgruppe 1981, das ist jetzt 40 Jahre her, ziemlich genau 40 Jahre, einfach ein Massenspektrum, hier unten ist auf der x-Achse die Masse aufgetragen, die Auflösung ist endlich, natürlich sind das, also die Masse ist digitalisiert, ist gepixelt in Einheiten von Atomen. Also ein Zenon-Cluster kann ja nur aus einer bestimmten Anzahl von Zenon-Atomen bestehen und jedes Zenon-Atom bringt eine bestimmte Masse mit. Okay, da gibt es eine Isotopenverteilung, da macht es dann wieder ein bisschen komplizierter, aber eigentlich sind das erstmal diskrete Peaks, also ein Atom, zwei Atom, drei Atom, und jetzt gibt es hier die Höhe, die Intensität dieser breiten Massenverteilung und wenn ein Peak besonders rauspiekt, dann ist es ein stabiler Cluster. Das hat was mit den Entstehungsbedingungen bei der Erzeugung zu tun. Stabile Cluster pieken raus und die nennt man dann magische Zahlen. Also es hat sich so eingebürgert, das kommt aus der Kernphysik. In der Kernphysik gibt es sogar doppelt magische Atomkerne. Sauerstoff 16 zum Beispiel, der Atomkern besteht aus acht Neutronen und acht Protonen und acht ist eine magische Zahl für Fermionsysteme. Da sind eben acht identische Einheiten, acht Protonen, besonders stabil und in der Geometrie, das ist ein elektronischer Effekt oder fermionischer Effekt, hier bei der Geometrie gibt es die magische Zahl 13, wir gehen nochmal zurück, 13, 55, 147. Und das haben wir hier auch, piekt also ein bisschen raus, ein bisschen nicht toll, aber einigermaßen, 13, 55, 147. Und gerade hier diese 147, da ist so ein Abbruch, ist ziemlich deutlich. Das heißt, das sind eigentlich Mikrokristalle, die dann besonders stabil sind und wenn ich eine neue Schale, eins weiter draußen, mit einem einzelnen Atom oder auch fünf Atomen anfange, dann sind diese fünf Atome, die auf der Kugel, das annähernde Kugel der 147er, wenn da außen so ein einzelnes Atom sitzt, das sitzt eben locker. Und deswegen ist der 147er ein Schalenabschluss und darüber geht es dann erstmal mit geringerer Intensität weiter, weil diesen Wachstumsprozessen 148, 149er, 150er und so weiter eben nicht so gut übersteht. Die fallen einfach leicht wieder ab. Diese zusätzlichen Atome oberhalb eines geometrischen Schalenabschlusses. So kommt dieses Massenspektrum zustande. Richtig verstehen, warum die magischen Zahlen, die Stabilität hier so rauspiekt. Ein bisschen, eben hier der 13er sogar relativ schwach. Da müsste man sogar noch ein bisschen schärfer über die Wachstumsprozesse in der Erzeugungsmethode nachdenken. Das kann ich dann noch erklären, aber da steckt jetzt wieder ein Haufen an Detailwissen über diese Quellen, wie man so Teilchen herstellt drin. Jedenfalls eine hohe Intensität bedeutet, ich habe ein besonders stabiles System. Und hier gibt es noch andere Schalenabschlüsse von 19, 25 und hier sind welche in Klammern und andere sind eben nicht in Klammern. Und das kann man sich so vorstellen, diese Unterschalen, dass wir da Facetten auffüllen. Wir haben ja hier so Facetten, also flache Bereiche und da kann einfach eine ganze Lage drüber gepackt werden, dass so eine Facette einfach eine Lage zusätzlich bekommt. Das ist dann so auch wieder ein bisschen stabil, wenn eine zusätzliche Lage auf einer ebenen Oberfläche dieses Mikrokristalls, dieses Ikosaedakristalls draufgepackt wird und es gibt dann so einen Unterschalenabschluss. Die passen aber auch, diese zusätzlichen Schalenabschlüsse, mit zu dem Ikosaeder-Modell. Hier haben wir jetzt die drei 13er-Cluster, die jeweils eine entsprechende, dem Festkörper entsprechende innere Struktur haben oder diese Ikosaeder-Struktur. Hier haben wir also, es sind immer 13er, weil ich immer zwölf Tischtennisbälle um einen zentralen Tischtennisball herum positionieren kann. Der zentrale Tischtennisball, das zentrale Atom ist hier rot markiert und dann gibt es da, wenn man das so darstellen will, so eine Art Ringe um das zentrale Atom und zwar ein Dreierring oben, Dreierring unten und ein Sechserring in der Ebene. Und beim Ikosaedron, das ist dieses Ding hier, steht non-kristallin, das ist nicht periodisch, das passt eben nicht als periodischer Festkörper zusammen. Da haben wir den Fall, dass dieser Sechserring hier in dieser Darstellung, dass der so im Zickzack verläuft. Der ist also nicht in einer Ebene und das ist dann nicht mehr die periodische Struktur des Festkörpers. Jetzt kann man sich fragen, wo ist denn die Fünferachse? Das liegt jetzt an dieser Darstellung. Die Fünferachse kann man sehen in einer anderen Darstellung, also nicht in dieser Ebenendarstellung hier, die also gewählt wurde, um die Unterschiede zwischen den beiden Festkörperstrukturen, das ist HCP und FCC, dichteste Kugelpackung, also die normale Erscheinungsform von Metallen zum Beispiel, also Festkörpern, um die jetzt darzustellen, dass das hier der Sechserring durchaus da ist, aber im Zickzack verläuft. Und die Fünfer-Symmetrieachse, die sehen wir zum Beispiel, wenn wir mal das hier als das Spitzenatom des Mikrokristalls nehmen oder des Ikosaedas und dann sehen wir hier auf der Ebene unterhalb dieses Spitzenatoms hier ein Fünferring. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das heißt, da müsste ich jetzt diese Dinger hier, diese drei blauen grünen markieren, dann hätte ich die Ebene unterhalb des Spitzenatoms und da sehen wir die fünfzählige Symmetrieachse. Aber im Vergleich hier mit FCC und HCP-13er-Clustern, da wurde diese Darstellung gewählt. Also hier die Fünfer-Ebene nicht ganz so deutlich, aber im Vergleich sieht man die Unterschiede zwischen dem Ikosaeder sehr gut und der HCP- und FCC-13er-Struktur. Und der Unterschied zwischen FCC und HCP ist die Abfolge der Ebenen, das sind so Details, ist aber in jedem Fall die dichteste Kugelpackung, die ich auch mit Tischtennisbällen aber dann periodisch für einen ausgedehnten Festkörper realisieren kann. Das heißt, wenn ich eine magische Zahl 13 habe, dann heißt das noch lange nicht, dass ich wirklich einen Ikosaeder habe, denn Schalenabschluss hier, den kriege ich immer, ein zentraler Tischtennisball, da passen egal, wie ich die genau anordne, immer genau zwölf andere Tischtennisbälle drumherum. Und der 13. in der Summe mit dem Zentralatom, also der 14., der ist dann locker gebunden, auch bei HCP und FCC. Ich kann unterscheiden zwischen Ikosaeder-Strukturen oder einfach Festkörperstrukturen, erst bei den größeren Schalenabschlüssen 55 und 147. Da wird es dann eindeutig, da hätte man dann Unterschiede zu FCC und HCP. Bei einigen Clustern von bestimmten Metallen, da finde ich schon sehr früh, also die Festkörperstruktur, also dann habe ich dann Schalenabschlüsse, die eher zu HCP passen. Aber bei Bindungen, und das finde ich eben bei den Edelgasen und auch bei den weichen Metallen, so wie Gold zum Beispiel, ist ja weich, kann ich ja mit dem Finger ritzen, da sind die Bindungen ungerichtet und das sind dann wirklich Tischtennisbälle, wo es keine bevorzugten Bindungswinkel gibt. Die stören dann diese Symmetrie, sondern einfach Kugeln, die egal, wie die Winkel sind, gut zueinander, passen immer aneinander, haften, da kommen dann diese Ico-Saeda-Strukturen zutage für die kleinsten Cluster. Ja, und das Ico-Saeda, nochmal für Geometrie im Dreidimensionalen, ist einer von diesen fünf platonischen Körpern, hier von Wikipedia, das findet man hier auf dieser Seite, da ist das sogar animiert mit Animated GIF, da drehen sich diese Objekte um die Dreidimensionalität, die hier gemeint ist, das ist also nicht zweidimensional, dreidimensional, solche Körper aus lauter gleichseitigen geometrischen Figuren. Gleichseitige Vierecke mit gleicher Kantenlänge, lauter Vierecke, das ist eben ein Würfel, dann haben wir hier Tetraeder aus gleichseitigen Dreiecken, dann den Oktaeder, das kann man sich glaube ich auch noch gut vorstellen, auch aus gleichseitigen Dreiecken aufgebaut, und dann haben wir hier als nächstes den Ico-Saeda und in bestimmten Winkeln, das sieht man immer wieder, sieht man schlagartig, wenn er gerade richtig steht, die fünfzählige Symmetrieachse. Ja und hier ist mal die Dichte dargestellt, es soll ja eigentlich immer, wenn man so Kugeln zusammenpasst, dann möchten die Bindungen den richtigen Abstand haben und so möglichst alle dicht beieinander sein, und für so einfache Systeme wie Edelgase, wo wir also keine kovalente Bindung haben, die bestimmte Bindungswinkel bevorzugt, sondern eine Van der Waals Bindung, das heißt es so wie magnetische Kugeln, die einfach bei jedem beliebigen Winkel zueinander aneinander pappen und möglichst dicht zusammen sein wollen, da haben wir die dichteste Kugelpackung und da geht es natürlich um die Dichte. Und die Dichte haben wir hier mal aufgetragen für eine ganz einfache Geometrieüberlegung, also wenn ich Tischtenniskugeln zusammenklebe, möglichst dicht, dann sind natürlich immer so kleine Hohlräume dazwischen frei, weil es ja Kugeln sind. Nur Würfel kann ich perfekt zusammenkleben, dass da nichts frei ist, kein freies Volumen, aber mit Kugeln geht das nicht. Und da bleibt also immer ungefähr 30% so ungefähr, bleibt freier Raum zwischen den Kugeln über. Und das wurde hier mal ausgerechnet für die verschiedenen Icosaeder. Und da sehen wir, dass für den 13er, da ist die Dichte 0,71 und die Dichte in FCC und HCP, das sind die normalen dichtesten Kugelpackungen, zum Beispiel eben bei irgendeinem Metall habe ich das, 0,74. Das wäre die Dichte, also das ist drei Viertel des Volumens, ist ausgefüllt mit Atomen und ein Viertel sind Freiräume zwischen den Atomen. Das ist eigentlich nicht gut, das will die Natur nicht, aber besser geht es eben nicht mit Kugeln. Also 74% Raumausfüllung ist die dichteste Kugelpackung im Festkörper, für diese beiden Festkörperstrukturen, das sind die typischen Strukturen, die ich da finde. Und bei dem 13er hier komme ich auf 0,71. Aber wie gesagt, der ist eben nicht periodisch, das geht nicht besser und da habe ich eben diese dummen 5-zähligen Symmetrieachsen. Und wenn der Körper größer wird auf der Basis der Icosaeder-Struktur, dann wird die Dichte im Vergleich zum FCC-Festkörper immer schlechter. Sie nimmt ab, hier sukzessive. Das heißt ungefähr bei 1.000, es kann auch 500 sein oder es kann 3.000 sein, hängt vom Material ab. Da gibt es einen Übergang bei den Clustern, wenn die also langsam immer größer werden. Die wachsen dann durch Anlagerungen unter bestimmten Bedingungen von zusätzlichen Atomen, wie so ein Schneekristall immer größer wird oder auch ein Hagelkorn wird immer größer, wenn da sich mehr Wasser anlagert und festfriert. Dann wird das Verhältnis immer schlechter und dann würde irgendwann Übergang passieren, dass der Cluster dann nicht mehr weiter wächst in der Icosaeder-Struktur, sondern dann in der jeweiligen Festkörperstruktur, abhängig vom Material, weiter wächst, weil die Dichte dann sehr viel günstiger ist. Und hier eben diese niedrigere Dichte als Lösung dieses gleichzeitig auftretenden Problems. Ich will möglichst wenig Oberfläche haben. Also man kann sich das auch so vorstellen, dass wenn wir zum Beispiel eine Würfelstruktur hätten, also das wäre so ein FCC-Ding, da kann ich ein Würfelgut bauen, die Ecken, die Atome an den Ecken, die pieksen ja so raus, die haben dann nur drei nächste Nachbarn und die würden eben eigentlich versuchen, in den Körper reinzukommen. Der will eben keine Ecken haben, sondern möglichst rund sein. Und die Lösung, wenig Oberfläche, möglichst rund, aber gleichzeitig, du weißt, wie dicht ist die Kugelpackung, ist dann eben der Icosaeder. Erst wenn das Volumen bei weitem überwiegt, also relativ wenig anteilig, Atome an der Oberfläche sind und sehr viele im Innern, das ist ja dann mit wachsender Größe so, dass der Anteil der Volumenatome wird immer größer, relativ zum Prozentsatz der Atome, die an der Oberfläche sitzen, wenn das immer mehr wird, dann ist die Lösung dieses Geometrieproblems eben doch eine FCC-Struktur und dann sind eben die Atome an der Oberfläche ein bisschen schlechter gebunden, aber die im Volumen, denen geht es dann besser. Das ist die Idee. Also den Übergang von Icosaeder zu FCC beobachtet man im Labor durchaus an den verschiedensten Systemen, zum Beispiel an Edelgassystemen, die eben sich am ehesten wie so einfache Tischtennisbälle verhalten. Gut, ja und das ist 55, ist eine magische Zahl und es gab in der Vergangenheit, so nach der Jahrtausendwende oder um die Jahrtausendwende, also vor 20 Jahren, gab es ganze Konferenzen nur über Gold-Cluster, weil Gold ist eben so ein perfektes Material. Es ist elektronisch sehr interessant und es stellt sich raus, dass solche bestimmten Gold-Cluster, also wie der Gold-55er hier, die können sogar halbleitend sein und fangen die an zu fluoreszieren. Dazu muss man wissen, dass Metalle fluoreszieren nicht. Also Fluoreszenz heißt, ich schicke ein UV-Photon rein und dann kommt ein sichtbares Photon raus. Zum Beispiel, früher hatte man so, und wirbt es vielleicht immer noch in den Diskotheken, so Schwarzlichtbeleuchtung, das war also UV-Licht und dann sind die T-Shirts, die weiß sind, die leuchten ganz stark auf, weil sie das UV-Licht, was auf sie prallt, umwandeln in sichtbares, typischerweise weißes Licht und das sieht dann irgendwie interessant aus. Das nennt man Fluoreszenz und Metall fluoresziert nicht. Wenn ich eine Metalloberfläche mit UV-Licht bestrahle oder mit irgendeinem Licht, dann wird das thermalisiert. Das Foto wird absorbiert in diesem See von Leitungselektronen und die Leitungselektronen, die absorbieren das Licht mit großer Begeisterung und weg ist es, wird in Wärme umgewandelt. Das geht nur in Halbleitern, Fluoreszenz. Sie brauchen eine Bandlücke und tatsächlich sind diese kleinen Gold-Cluster, die können fluoreszieren unter bestimmten Bedingungen. Ja, und dann gibt es also, gab es unzählig, gibt es vielleicht heute noch, Publikationen über Gold 55, weil es eben so ein geometrischer Schalenabschluss ist. Da waren die Leute begeistert. Und diese Metall-Cluster haben natürlich die offenen Bindungen an der Oberfläche. Also so ein kleiner Gold-Cluster, da sind die Goldatome an der Oberfläche nur gar nicht glücklich, weil die haben einfach, der will ja eine Koordinationszahl von zwölf haben. Im normalen Festkörper hat ein Goldatom oder Metallatom zwölf nächste Nachbarn. Und an der Oberfläche fehlen die. Und das heißt, im Bild der Chemie sind das offene Bindungen. Es ist also ziemlich reaktiv. Und wenn man die jetzt zum Beispiel zwei Gold 55er zusammenpacken würde, dann pappen die aneinander. Die verschmelzen sofort, zu einem, bei Raumtemperatur zumindest, verschmelzen sie einfach zu einem Gold 110 Cluster. Und weg ist es mit den magischen Eigenschaften dieser 55er Cluster. Die würden verschmelzen. Das heißt, sie müssen eingepackt werden, damit sie eben nicht verschmelzen. Und das nennt man Ligandenstabilisierung. Und Ligandenstabilisierung, das machen die Chemiker, die packen da eigentlich sowas wie eine Plastikhülle drumherum. Aber es geht natürlich nicht mit Plastik, brauche ich irgendwas Nanotaugliches. Und das sind dann so Moleküle wie pH3 oder Chlor, solche Kombinationen hier. Das sind diese ganzen bunten Kugeln. Die kann ich oben den Cluster rumpacken. Dann habe ich den Cluster verpackt in eine Ligandenhülle und dann ist er passiviert. Ich kann ihn in Lösungen packen und rumrühren. Und da habe ich lauter Gold 55er. Die sind hier im Inneren kaum sichtbar. Ich glaube, die Goldatome sind grün und gelb. Und die gelben Goldatome sind die, die mit den Liganden chemisch verbunden sind. Das sind die an der Oberfläche. Und im Inneren sind diese grünen Kugeln. Insgesamt gibt es also hoffentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, hier 55 gelbe plus grüne Kugeln. Und die grünen sind die Goldatome, die nur Goldatome als Nachbarn haben. Das sind die eigentlichen Metallatome. Denn durch die Verbindung der Goldatome an der Oberfläche mit den Liganden verändert sich deren chemische Struktur. Die sind nicht mehr wirklich metallisch. Gut, aber das führt vielleicht ein bisschen zu weit hier im Detail. Jedenfalls Liganden stabilisierte Cluster. Die gibt es auch mit verschiedenen Liganden hier. Und dann kann man die in Lösungen packen. Man kann sie sogar zu Kristallen kristallisieren. Man hat also diese kleinen Kügelchen in Plastik eingewickelt. Wenn man die aneinander bringt, dann verbinden sich die Liganden miteinander. Die verhaken sich dann. Aber die Metallkerne verschmelzen nicht einfach zu größeren Metallaggregaten. Deswegen brauche ich diese Ligandenhülle. Weil bei Normalbedingungen, also genauer gesagt Raumtemperatur, würden zwei Gold55er verschmelzen zu einem 110er. Und wenn ich noch einen dazu bekomme, habe ich einen 165er Cluster. Und so geht es weiter. Es wandelt sich dann einfach in einen Goldkrümel um. Gut, also das ist hier von 2009 hier. Und Nanoletters erschienen. Das ist ein Forschungsgebiet für sich. Mit diesen Nanopartikeln oder Liganden stabilisierten Clustern zu arbeiten. Und das Besondere ist, weil er so stabil ist, kann ich mit bestimmten chemischen Methoden genau Monodisperse, das heißt Cluster einer genau gleichen Größe, die haben alle 55 Goldatome, kann ich chemisch synthetisieren und auch in großen Mengen. Das kann ich in der Physik nicht machen. Also mit Gold56 würde das jetzt nicht klappen. Der ist eben nicht stabil. Da kann ich sowas nicht machen. Jedenfalls, abgesehen von einigen Ausnahmen vielleicht. Aber dieses Monodisperse erfordert, dass der Metallkern besonders stabil ist. Dann geht das ganz gut. Mit chemischen Methoden kann ich große Mengen davon herstellen. Ja, und die kann man dann auch angucken. Also wir sind ja Augentiere. Man will die mal sehen, diese Dinger. Und das ist ein bisschen schwierig, weil wir haben eigentlich nicht wirklich Mikroskope. Das sieht man schon an diesen verschwommenen Aufnahmen hier. Nicht wirklich Mikroskope, mit denen man das, was die Theoretiker berechnen, das sind Theoriebilder. Also die wissen genau, wo jedes Atom sitzt. Wobei, ja, also wo jedes Atom sitzt, das sitzt ja nicht wirklich genau an einer Stelle, wegen des Welle-Zeichen-Dualismus. Das sind ja Wellen, die sind gar nicht genau an einer Position. Aber der Theoretiker rechnet es trotzdem aus. Und für schwerere Atome wie Gold passt es auch einigermaßen. Die sind wirklich an einer bestimmten Stelle. Bei den Wasserstoffdingern hier, das sind die weißen, da bin ich mir nicht so sicher, ob das der Wirklichkeit gerecht wird, wegen des Wellencharakters. Naja, jedenfalls kann man versuchen, das sichtbar zu machen. Und alles, was man erwarten kann, ist, dass man Kullern sieht. Ja, und das ist hier so eine Raster-Tunnel-Mikroskop-Aufnahme. STM-Scanning-Tunneling-Mikroskopie. Das ist also diese Spitze. Tunneleffekt ist hier relevant für dieses Werkzeug der Nanotechnologie. Eine Spitze, scharfe Spitze, ein Atom an der Spitze, fährt im konstanten Abstand von so typischerweise einem Nanometer oder weniger über die Oberfläche. Und das kann man technisch mit Piezo-Kristallen machen, die die Spitze so genau positionieren können. Und man misst den Tunnelstrom, der exponentiell vom Abstand abhängt. Und man hält den Strom konstant. Und dann ist der Abstand der Spitze von der Oberfläche konstant. Und man lässt die Spitze also so scannen. Also die rastert da drüber, über Zeile für Zeile. Und fährt dabei rauf und runter und nimmt die Oberflächentopographie auf. Und zwar ist das die elektronische Oberflächentopographie, denn wir messen ja einen Stromfluss. Es geht also darum, dass der Strom konstant ist. Wenn da jetzt so Kullern sind, dann sehe ich natürlich erstmal, wenn die alle so genau eine Monolage bilden, dann würde ich so einen Gehoppel haben über die einzelnen Kugeln. Das habe ich hier nicht. Wir sehen hier, dass die gar nichts wegs so eine Einkristalline, wenn man die Kullern jetzt mal als Elemente eines Kristalls nimmt, die bilden also nicht eine glatte Oberfläche, wie Tischtennisbälle auf einem Tisch, die da erstmal eine Monolage bilden würden, sondern die verhacken sich offensichtlich. Und dann gibt es welche, die gucken ein bisschen weiter raus und welche, die sind weiter unten drin. Und durch diese unterschiedliche Höhe hier, haben wir hier erstmal ein sehr unregelmäßiges Bild. Das ist also nicht ordentlich. Nicht Kugeln, die sich kristallin anordnen. Und dann hängt es noch sehr genau davon ab, welche Liganden da gerade nach oben gucken, wie groß die Kugel erscheint. Die sind nicht wirklich unterschiedlich groß, sondern diese unterschiedliche Größe, die dieses Bild hier suggeriert, die kommt dadurch zustande, dass je nachdem, welche Objekte genau, also welche dieser vielen Liganden genau nach oben gucken, sieht die Spitze etwas anderen Strom bei dem gleichen Abstand. Wenn ich den Strom aber konstant halte und ich habe da plötzlich einen Ligand, der vielleicht irgendwie eine bessere Leitfähigkeit hat, dann fährt die Spitze ein Stück zurück, um den Strom konstant zu halten. Das heißt, abhängig von der Geometrie, kriege ich eine anscheinend unterschiedliche Größe. Das ist aber ein Artefakt dieser Messmethode. Die sind schon alle gleich groß. Jedenfalls versichern uns das die Experimentatoren, die diese Liganden stabilisierten Cluster hergestellt haben. Dann kann ich eine Lösung bringen, dann kann ich auch deren Masse messen, ist genau gleich die Masse. Und hier haben wir noch eine detailliertere Aufnahme. Hier das eine ist eine HOPG, das ist eine Einkristalloberfläche vom Graphit. Das erzähle ich gleich noch genau beim Kohlenstoff, was das ist. Highly Oriented Poly-Irgendwas-Graphite. Einkristall-Graphit ist die Unterlage. Da liegen diese Goldkullern in Plastik verpackt drauf. Und hier haben wir zwei verschiedene Bilder. Das ist hier SM-Gold-Fünferung Monolayer. Ach so, das eine ist eine Monolayer auf Gold. Und das andere hier B ist on an HOPG-Surface. Die Oberfläche auf dem Graphit ist noch schwächer wechselwirkend. Und da rollen die sehr leicht rum. Und hier hat man auch wieder ein Artefakt des Raster-Tunnel-Mikroskops. Es pickt manchmal, wenn die Oberflächenobjekte sehr schwach gebunden sind. Und wir haben ja eine Metallspitze. Dann kann so ein Oberflächenobjekt, so ein Gold-55-Cluster, auch an der Spitze hängen bleiben. Das heißt, die Spitze fährt da drüber. Und wenn sie einem der Gold-55-Cluster zu nahe kommt, dann bildet sich plötzlich eine schwache Bindung aus. Oder eine Bindung zwischen der Kuller und der Spitze. Und dann schleppt die Spitze die Kuller mit. Und dann kommt es zu diesen Schlieren hier. Das ist also ein Artefakt. Es ist sehr schwierig, Objekte mit dem Raster-Tunnel-Mikroskop zu untersuchen, die sehr schwach gebunden sind an der Oberfläche. Die werden mitgeschleift und dann wird das Bild einfach verschwommen. Okay, aber man sieht hier an einigen Stellen, die Kuller ist. Hier sieht man eigentlich, dass die, naja, es sind eigentlich genau dieselben Effekte. Sie sehen auch so aus, als wären sie alle nicht gleich groß. Also jetzt habe ich ein bisschen was über die Technik der Raster-Tunnel-Mikroskopie berichtet. Und hier einfach in der simplen Anwendung, ich will sehen, ob das gleich große Kullern sind. Das kann ich nicht sehen mit dem SCM. Jedenfalls nicht bei einer so unordentlichen Anhäufung von Kullern auf einer Oberfläche. Wenn sie ordentlich sind im Kristall, also wenn sie selber einen Kristall bilden aus lauter solchen Kullern, dann kann ich das schon ein bisschen besser sehen. Das sehen wir gleich. Ja, da gibt es natürlich die Theoretiker, die also sehr genau wissen, wie so eine Struktur auszusehen hat. Ganz im Gegensatz zu den Experimentatoren, die verzweifelt versuchen, mit allen möglichen unzulänglichen Werkzeugen herauszufinden, was hat das Ding denn für eine geometrische Struktur mit Raster-Tunnel-Mikroskopen oder mit Elektronen-Mikroskopen, die immer nur verschwommene Kugeln zeigen. Und die Theoretiker, die rechnen und rechnen und da kommen super Strukturen raus. Es ist nur so, das ist ja theoretische Vorhersagen, stimmt das denn überhaupt? Weil die Energie, die Energetik, sie ist so dicht beieinander von den verschiedenen möglichen Strukturen, auch in der Theorie, dass ein kleinster Rechenfehler, und da muss immer genähert werden, was komplexe Rechnungen sind, könnte schon sein, dass das nicht wirklich die Grundzustandsstruktur ist. Aber das sind die Vorhersagen hier. Man sieht, also sie sind auch gelb eingefärbt, weil es Gold ist. Jetzt ist so, so eine Farbe ist ja was mit der Lichtabsorption. Und Licht hat eine Wellenlänge von 400 bis 800 Nanometer, aber die hier, die haben 1 oder 2 oder 3 Nanometer Durchmesser, die sind also absolut winzig. Gegenüber der Wellenlänge des Lichtes, und ob die nun wirklich goldig sind, das wage ich zu bezweifeln, aber es sieht gut aus. Der Theoretiker kann eben tatsächlich, oder die Theoretikerin kann eben tatsächlich einen Goldcluster mit 10 Atomen zeichnen, und der ist goldig. In der Realität hat er aber eine ganz andere Farbe, oder gar keine Farbe, ist durchsichtig, kann auch sein. Da kriegen wir auch gleich noch einen, der zumindest teilweise durchsichtig ist. Ja, jedenfalls ist das hier goldig markiert, und man sieht jedes einzelne Atom, und dann muss man verzweifelt, also das sehr viel schwieriger im Experiment herausfinden, ob die Struktur richtig ist. Was wir ja auch sehen, ist, dass der 147er, das hatten wir ja schon, Schalenabschluss, Ikosahedra-Schalen, ist also Ikosahedra-like. Ich weiß nicht, warum da hier im Englischen, in der Beschreibung, ein Like dahinter ist, aber es ist also Ikosahedra-ähnlich. Und der größte hier unten mit 923 Atomen ist ein FCC-Bruchstück. Der sieht dann also ein bisschen anders aus, und der sollte tunlichst keine 5-zähligen Symmetrieachsen haben. Also hier haben wir eine viereckige Facette, hier haben wir eine 4-zählige, nicht ganz, das ist ein Rechteck hier, und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ecken, also FCC-Bruchstück. Hier ist also vorhergesagt, dass spätestens bei ungefähr 1000 der Übergang zu FCC passiert, nach diesen Rechnungen. Das hängt aber bei einem Metall wie Gold sehr stark von der Rechenmethode ab, weil Gold hat, um einen Fachausdruck zu sagen, stark relativistische Effekte. Es hat eine ganz große Spinnbahnkopplung wegen der hohen Ordnungszahl, und es ist keineswegs einfach die Stabilität eines Teilchens, also welche geometrische Struktur ist die Grundzustandsstruktur mit der höchsten Stabilität. Das für Gold auszurechnen, ist sehr, sehr schwierig. Ja, und das will man dann natürlich mit dem Experiment vergleichen, ob die Rechnung mit den angewandten Nährungsmethoden, und in Quantenmechanik muss man solche großen Systeme auf jeden Fall, in Nährungsweise kann man die nur berechnen, ob die denn stimmt. Also das sind so Vorschläge der Theorie. Und bei einem Cluster, auf den ich jetzt zu sprechen kommen will, ein ganz kleiner, also oberhalb von 13er, bei 13, denkt man, ist Ico Saida oder jedenfalls irgendetwas mit FCC, HCP, also so irgendein 13er, also jedenfalls ein Atom in der Mitte, 12 drumherum. Ja, das ist schon mal klar. Aber bei 20 passiert, bei Gold, eben wegen dieser besonderen elektronischen Eigenschaften, passiert was Besonderes. Und zwar ist das so eine kleine Pyramide hier, das sind dreieckige Facetten. Damit hatte niemand gerechnet, und das haben die Experimentatoren herausgefunden. Also manchmal passiert es mir, also ich arbeite ja selber in Clustern, passiert es mir, dass die Theoretiker meinen, wir brauchen gar keine Experimente mehr. Wir können alles im Rechner rechnen, und die Bilder sehen auch viel besser aus, als diese blöden Experimente, die sind immer alle so verschwommen. Ja nur, die Rechnung stimmt mir eben ganz oft nicht. Und schon gar nicht, wenn es um bestimmte stabilste Strukturen von besonderen Clustern geht, wie dieser Gold-20er hier, der ist neben Gold-55 zu einer ziemlich Berühmtheit gebracht. Denn niemand hat damit gerechnet, dass er diese geometrische Struktur hat. Und auch die elektronische Struktur dieses Clusters ist eine ganz besondere. Ja, dieser Cluster hat also eine besondere geometrische Struktur, die aber erst aufgefallen ist, als man die elektronische Struktur untersucht hat, denn die ist auch sehr, sehr speziell. Und die elektronische Struktur wird in diesem Bereich, es muss ja grössenselektiert sein, und zwar atomgenau, sehr gerne mit der Methode der Photoelektronspektroskopie an massenselektierten Cluster-Ionen untersucht. Also sie müssen geladen sein, die Teilchen, und dies brauche ich, die Ladung, um sie nach der Masse sortieren zu können. Da kann ich ein normales Massenspektrometer nehmen, also Ablenkung auf einer Kreisbahn im magnetischen Feld beispielsweise, die hängt von der Masse des Teilchens ab. Wenn es eine ganz kleine Masse hat, bei gleichem Magnetfeld, da wird es auf eine sehr enge Bahn gezwungen, und wenn es eben eine große Masse hat, dann hat es einen größeren Krümmungsradius, und dann muss der Magneten so einstellen, dass die Teilchen mit der richtigen Krümmungsbahn, mit der richtigen Masse durchkommen. Da habe ich eine Größenselektion. Und hier haben wir eine Spektroskopie mit dieser Methode, und weil man massenselektiert arbeitet, hat man relativ wenig Teilchen, weil ich muss sie erstmal ionisieren, die meisten sind ja neutral, da kann ich nur einen kleinen Bruchteil, ein Prozent oder noch weniger ionisieren, und da muss ich auch noch nach der Größe sortieren, weil die Quellen, die man verwendet für solche Teilchen, die machen immer so breite Größenverteilung. Nehme ich eine Größe raus von diesen ein Prozent ionisierten, dann habe ich irgendwie 10 hoch minus 6, 10 hoch minus 7 von einer Größe nur noch, also ganz wenig, und dann muss ich das mit dem Laser machen, die Fotoelektronenspektroskopie. Das ist also Fotoeffekt, Photon rein, Elektron raus, und ich messe die kinetische Energie der Elektronen. Ich erkläre das so genau, weil ich das selber eben auch mache. Das ist jetzt mal was, was ich selber mache. Das sind nicht Daten von mir, aber wir haben auch Gold untersucht, aber Gold 20, das hat Leicheng Wang, das ist eine Arbeitsgruppe, heute an der Brown University, das ist eine dieser Ivory Universities, also diese alten Traditionsuniversitäten in den USA, und da ist der Leicheng, arbeitet da mit seiner Gruppe, und die haben Gold 20 untersucht. Und das ist ein Fotoelektronenspektrum, hier unten das Theoriespektrum mit dieser geometrischen Struktur. Das Fotoelektronenspektrum hier oben ist gemessen, das hier unten ist aufgrund der Strukturannahme, also Sie haben angenommen, das ist so eine Pyramide, also Sie können es auch mit Kugeln oder Ecosina oder sonst was rechnen, kommt ein anderes Spektrum raus, aber für diese geometrische Struktur kommt dieses theoretische Spektrum raus, das hier ist das gemessene Spektrum, und wir sehen, das stimmt überein. Wir haben also hier die elektronische Struktur genommen, die eben von der Geometrie abhängt, haben die theoretisch ausgerechnet für diese Messmethode, Fotoelektronenspektroskopie als Fingerprint, also wie nennt man das auf Deutsch, Fingerabdruck, und es stimmt überein, und daraus schließen die Forscher, dass diese Struktur die richtige ist. Also Strukturbestimmung hier über die elektronische Struktur, die eben stark von der angenommenen geometrischen Struktur abhängt. Okay, das Besondere ist hier, diese 1,77 Elektronenvolt, das ist das Homo-Lumo-Gap. Wir haben es hier mit negativ geladenen Clustern zu tun, hier steht so ein kleines Strich dran, das heißt, wir brauchen ja Ionen für die Massenselektion, und diese Teilchen sind nicht positiv geladen, dem fehlt also kein Elektronen, sondern sie haben einfach ein zusätzlich. Das geht mit der Methode der Herstellung, das erzeuge ich eben Anion, und wenn ich ein negativ geladenes Teilchen habe, und nehme das Fotoelektronenspektrum auf, und ich habe ein metallisches Teilchen, also ohne Bandlücke, dann passiert nichts, also habe ich einfach ein zusätzliches Elektron in diesem See von delokalisierten Leitungselektronen. Das merke ich gar nicht, dass das Ding geladen ist, positiv oder negativ. Wenn ich aber ein halbleitendes System habe, dann ist ja das Valenzband komplett gefüllt, und dann gibt es die Bandlücke, und dann ist oben drüber das Leitungsband, wie im Silizium zum Beispiel. Und wenn da ein zusätzliches Elektron in dem System ist, ist also negativ geladen, dann kann dieses zusätzliche Elektron nicht im Valenzband sein, weil das voll besetzt ist, sondern das zusätzliche Elektron sitzt im Leitungsband. Ja, und das führt dazu, bei dieser Methode, der Fotoelektronenspektroskopie von negativ geladenen Objekten, dass ich einen kleinen Peak, weil es nur ein Elektron ist, einen kleinen Peak habe bei niedriger Bindungsenergie. Und der Abstand zwischen diesem zusätzlichen Peak hier, hier ist aufgetragene Bindungsenergie, also dieses zusätzliche Elektron im Leitungsband, ist eben leicht gebunden, weil das Leitungsband ja ist eigentlich unbesetzt in einem Halbleiter, das ist weiter oben, also schwächer gebunden in Bezug auf die Vakuumenergie, also freie Elektronen. Das kriege ich also leichter ab, und dann kommt eine ganze Weile gar nichts, das ist die Bandlücke. Hier hat es also eine Bandlücke, und da wir es eher mit Molekülen als mit Festkörpern zu tun haben, ist die Sprache eine andere, das wird Homo-Numo-Gap genannt. Ja, Homo-Numo-Gap, das könnte jetzt ein bisschen verwirrend sein, das heißt, Homo heißt Occupycite Molecular Orbital, ist also das höchste besetzte molekulare Orbital, das ist die Oberkante des Valenzbandes, in der Sprache der Festkörperphysiker, und dann das Elektron, das zusätzliche Sitz ganz unten, soweit es geht, die rutschen immer von selber nach unten, die wollen immer in die tiefsten Zustände, die Elektronen, so wie ein Wassertropfen, der rollt ja auch immer nach unten, das ist das Lumo, Lost Unoccupied Molecular Orbital, das ist aber nicht unoccupied, nicht unbesetzt, weil wir da zusätzliche Elektronen drin haben, das heißt, mit dieser Methode kann ich die Bandlücke messen, oder das Homo-Numo-Gap, das ist das gleiche, das ist bloß eine andere Sprache, das eine Festkörper, das andere molekulare Sprache, ich kann das Homo-Numo-Gap messen, insbesondere wenn ich so einen Peak vorne dran sehe hier, das heißt, ohne dass ich überhaupt weiß, was für ein System ich habe, kann ich als Elektronenspektroskopiker auf dieses Spektrum schauen, sehe diesen kleinen Peak vorne dran, bei niedriger Bindungsenergie, und würde sagen, okay, es ist ein Halbleiter, hat ein Homo-Numo-Gap, eine Bandlücke, dieses System hier, dieser Goldcluster, ist also ein Halbleiter, der wäre also für bestimmte Wellenlängen, also nicht gerade im blauen oder so, 1,7 Ewolt ist die Bandlücke wesentlich größer als im Silizium, also nicht die Bandlücke bei einem Ewolt, aber der hat eben eine Bandlücke. Das heißt, diese kleinen Metallcluster, insbesondere hier beim Gold, die haben Bandlücken, sie sind also gar nicht so metallisch, sondern müssen eher in der Sprache der Festkörperphysiker als Halbleiter angesehen werden. Und insbesondere, wenn Sie so eine Bandlücke haben, bedeutet das auch für gewöhnlich, dass ohne das zusätzliche Elektronen, das System eine abgeschlossene elektronische Konfiguration bildet, also sehr stabil ist. Das heißt, dieser Cluster ist nicht nur geometrisch eine Besonderheit, sondern auch elektronisch zumindest gesehen besonders stabil, hat eigentlich typischerweise auch eine hohe Bindungsenergie. Das ist damit gepaart. Das alles kann ich erkennen aus diesem Photoelektronenspektrum. Also ich kriege die elektronische Struktur raus, hat eher halbleitende Eigenschaften und ich bekomme durch Vergleiche mit simulierten Spektren auch die geometrische Struktur raus. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, stimmt das denn? Also Theoretiker haben hier dieses Spektrum, was eine verblüffende Ähnlichkeit hier zeigt, verblüffend deswegen, weil es sehr schwierig ist, Photoelektronenspektren auszurechnen als zu simulieren. Schon überraschend, dass das so genau übereinstimmt. Stimmt das überhaupt? Vielleicht ist ja alles daneben. Das ist eine ganz andere geometrische Struktur. Ich will die geometrische Struktur angucken. Ich brauche also unabhängige Methoden, um die geometrische Struktur rauszufinden. Sonst würde ich das jetzt hier erstmal nicht ohne weiteres glauben. Ja, hört sich schon, sieht gut überzeugend aus, ja. Aber wir wissen ja zum Beispiel nicht, wenn wir jetzt eine andere geometrische Struktur annehmen, ob das Photoelektronenspektrum dann wirklich ganz anders aussehen würde. Und wir wissen auch nicht, ob die Rechnungen überhaupt richtig sind. Weil an so schweren Metallatomen, also Blei oder sowas wäre auch so, da haben wir diese, so heißt das bei den Physikern, die sowas theoretisch berechnen, starke Spinbahnaufspaltung, das heißt relativistische Effekte, und die machen diese Rechnung sehr, sehr schwierig. Und da gibt es immer eine Unsicherheit. Wir wollen also wissen, stimmt diese geometrische Struktur? Ja, und jetzt haben wir also diese STMs, Rastertunnelmikroskopie. Jetzt können wir also so einen kleinen Gold, eine Goldpyramide auf eine Oberfläche aufbringen und gucken das an mit dem STM. Ja, da sehen wir auch nur so einen Blub. Und zwar deswegen, weil diese Spitze von der Pyramide, die ist viel spitzer als die Spitze vom STM. Das heißt, es ist eigentlich dann andersrum. Ich rastere dann, weil diese Spitze so spitz ist, ich rastere dann mit meinem kleinen Goldpyramide, die auf meiner möglichst glatten Oberfläche liegt, rastere ich dann die Spitze vom Rastertunnelmikroskopie-Cope ab und im Bild sehe ich keineswegs die Geometrie meiner Superspitzen-Goldpyramide, wenn es denn stimmt, dass sie so ist, sondern ich sehe die Geometrie von meiner Spitze. Ich kann ja nicht unterscheiden, was da was abrastert. Ich hatte in diesem Bild beim Rastertunnelmikroskop immer angenommen, die Spitze selber ist beliebig spitz und ich sehe die Topografie, also die Geometrie der Oberfläche, die abgerastert wird. Ja, aber in diesem Fall ist es ja so, ist andersrum. Ich würde dann die Geometrie der Spitze sehen und dann wird es eben sehr schwierig, was ich da eigentlich sehe im Rastertunnelmikroskop. Jedenfalls nicht die geometrische Struktur, so ohne weiteres von meinem Gold-20er. Ja, das macht man mit einem Transmissionselektronenmikroskop heutzutage. Und dann kommt das dabei raus hier. Ja, das ist in der gleichen Publikation hier von Naischenk-Wangs Arbeitsgruppe und die haben das eben auch mit einem höchst auflösenden Elektronen, Transmissionselektronenmikroskop gemacht. Das ist kein Rastertunnel, also nichts mit einer Spitze, sondern statt Licht im Lichtmikroskop werden Elektronen verwendet. Das heißt, das Target wird beleuchtet mit einem Elektronenstrahl und diese Elektronen werden dann mit Linsen, magnetischen Linsen, dann abgebildet, genauso als wären es Lichtteilchen, als Photonen. Und dann kommt dieses Bild dabei raus und das erste Verblüffende ist, das Gold ist tatsächlich goldig. Also hier so Gold, also es stimmt ja doch, was redet denn der Gante für da? Das Gold-Cluster, die sind natürlich genauso wie Gold, ist jedenfalls hier zu erkennen und der Untergrund, ich glaube, das ist typischerweise Graphit, also Kohlenstoff, der ist schwarz, ja, oder so bläulich, aber ist ja auch in Ordnung, Kohlenstoff ist ja auch blau-schwarz. Ja, ist natürlich Unsinn, weil Transmissionselektronenmikroskop-Aufnahmen liefern Schwarz-Weiß-Bilder, die bilden nicht ab in Farbe. Die Farbe wurde nachträglich von den Forschern da rein manipuliert. Und zwar folgendes, man kann das so geschickt wählen, der Farbcode bezeichnet die Höhe. Also wir haben ein möglichst glattes Substrat, weiß ich jetzt gar nicht, was das war, wahrscheinlich in so einer Graphitoberfläche, weil man nimmt als Unterlage im Transmissionselektronenmikroskop ein Element mit möglichst geringer Ordnungszahl, das macht einen geringen Kontrast bei Elektronenstreuung. Und hier liegen jetzt diese Goldatome raus und der Farbcode bezeichnet lediglich die Höhe, ob es nach oben rauspiekt. Also die Unterlage, die ist eben auf dieser Skala mit Atomgenauer Auflösung, ist einigermaßen rau. Das ist jede Unterlage, ist rau auf der Skala. Und was da oben drauf liegt, das ist einfach Farbcode gemäß, die haben den so gewählt, dass alles, was ein bisschen oberhalb der Normalebene des Substrats ist, also der Unterlage, ist dann so goldig eingefärbt. Und je höher, umso weißlicher, also umso hellgelber oder weißer sogar. Das heißt, hier sieht man, dass da was rumliegt und dass das irgendwie dreieckig ist. Aber mehr sieht man da eigentlich auch nicht. Und jetzt muss man noch dazu sagen, das ist hier ein Aberration Corrected STM. Äh, nicht STM, Scanning. Nein, was ist denn das S? Das S bedeutet irgendwas anderes. Also Transmissions-Elektronen-Mikroskop. Also EM ist das Entscheidende, das ist ein Elektronen-Mikroskop. Und das Aberration Corrected, das ist was Besonderes, das gibt es noch gar nicht so lange. Elektronen-Mikroskope warten zwar über viele Jahrzehnte eine bessere Auflösung als die optischen Mikroskope, viel besser. Weil die optischen Mikroskope sind irgendwie mit der Wellenlänge des Lichtes nun mal dummerweise begrenzt. Jetzt könnte man optische Mikroskope mit kürzeren Wellenlängen betreiben, hat man eine höhere Auflösung. Aber die Linsen, man findet dann keine Materialien mehr, die für Licht mit noch kürzeren Wellenlängen durchsichtig sind. Dadurch ist das Ganze begrenzt. Und dann muss man zu anderen Mikroskopie-Methoden übergehen, das sind eben Elektronen-Mikroskope. Und je höher die Energie der Elektronen-Mikroskope ist, also der Elektronen, die arbeiten am Pilo-Elektronen-Volt-Bereich oder noch mehr, umso kürzer ist der in der Broglie-Wellenlänge, der Teilchencharakter, und dann kann ich damit eben sehr kleine Strukturen im atomaren Bereich auflösen. Im Prinzip. Leider haben die magnetischen Linsen bei Elektronen-Mikroskopen, die haben riesige Abbildungsfehler. Aberration ist das. Und seit einigen Jahren, ich glaube seit 20 Jahren oder so, gelingt es, diese Abbildungsfehler mit magnetischen Korrekturspulen, die sehr kompliziert aufgebaut sind, zu korrigieren. Und erst seit dieser Zeit, Elektronen-Mikroskope gibt es schon viel länger, aber erst seit vielleicht 20 Jahren, ich weiß gar nicht, wann das erfunden wurde, gelingt es in den subatomanen Bereich mit der Auflösung, also in den Pikometer-Bereich, vorzustoßen. Ah, Pikometer, unterhalb Nanometer. Und dann sieht man einzelne Atome hier. Allerdings ist es eben Transmission. Das heißt, ich gucke immer von oben und der Elektronenstrahl fliegt durch auf irgendein Objekt. Ich sehe also immer die Projektion von oben. Ich sehe nicht wirklich eine dreidimensionale Auflösung des Bildes. Ja, das heißt, die Auswertung dieser TM-Bilder, Transmissionselektronen-Mikroskopie, das ist das S, das S bedeutet auch irgendwas, vielleicht doch Scanning, also jedenfalls Transmissionselektronen-Mikroskop, Operation Corrected. Die Auswertung erfordert einen Vergleich mit theoretischen Simulationen, weil ich eben immer die Projektion, ich sehe immer, also wenn ich zum Beispiel eine ganze Atomkolonne habe im Einkristall, die genau hintereinander stehen und ich gucke mit dem Elektronenstrahl von oben drauf, sehe ich nur ein Atom, das vorderste. Die ganzen Atome drunter sind im Schatten des Elektronenstrahls. Das heißt, die Interpretation dieser Bilder ist auch nicht einfach, genauso wie beim Scanning Tunneling-Mikroskop und ich muss das vergleichen. Wir haben hier die geometrische Annahme des Gold-20-Clusters und hier die Simulation des Bildes in einem TM und das passt jetzt ziemlich gut überein, jedenfalls nach dem, was man als Spezialist für TEMs, da gibt es dann wieder Spezialisten, die diese Bilder überhaupt interpretieren können, mithilfe von Simulationsberechnungen und da gibt es jetzt eine Übereinstimmung. Und dieser Vergleich hier zwischen dem Elektronenspektrum, dieses Ding hier und der Methode, mit der ich immerhin die geometrische Struktur unabhängig mal nicht überprüfe, aber doch wenigstens mal gucken kann, was sehe ich denn mit dieser höchst auflösenden Elektronen-Mikroskopie? Dieser Vergleich gibt jetzt eigentlich ein starkes Indiz, dass das wohl richtig ist. Es ist tatsächlich diese Pyramidenstruktur und damit hatte kaum jemand gerechnet von den Leuten, die Gold-Cluster untersuchen. Wie gesagt, es gab in dieser Gemeinde, dieser Forschergemeinde von Leuten, die Cluster und Nanopartikel untersuchen, gab es Konferenzen mit 20 oder 30 Vorträgen nur über Gold-Cluster, weil die so faszinierend sind. Ja, andere Cluster sind bei Weitem nicht so faszinierend oder vielleicht doch faszinierend, je nachdem, welchen Blickwinkel man als Forscher oder Forscherin so hat. Das hier sind Natrium-Chlorid-Cluster. Ja, Natrium-Chlorid ist Kochsalz und Kochsalz kommt in kleinen Würfeln. Da kann man sich angucken, wenn man es aus in einem Salzstreuer hat und im Mikroskop kann man sich so einen Salzkorb mal angucken. Wenn man Glück hat und es nicht gerade mal irgendwie angelöst wurde in Wasser oder so und dann haben die wirklich so eine Würfelstruktur. Das heißt, die Kristallstruktur ist kubisch. Und warum die kubisch ist, das liegt an der sehr starken Bindung zwischen Natrium und Chlor. Es ist eine Ionenbindung. Das Natrium gibt sein Leuchtelektron an das Chlor ab und im Chlor, ganz rechts im Periodensystem, da fehlt genau ein Elektron und zum Edelgas ähnlichen Objekt zu werden und dann ist es zufrieden. Das heißt, es gibt das Elektron vom Natrium komplett ab an das Chlor und dann habe ich lauter Kugeln. Die eine Kugelsorte ist positiv geladen, das wäre das Natrium. Der Rumpf und das Leuchtelektron und das Chlor ist einfach negativ geladen und diese Kugeln ziehen sich elektrostatisch wie verrückt an. Das ist eine ganz starke Bindung. Und weil es so eine sehr starke Bindung ist, bildet es schon sehr früh festkörperähnliche Strukturen. Das heißt, das Bemühen, die Festkörperstruktur, in dem Fall kubisch, ist das nicht FCC, so eine kubische Struktur zu bekommen, ist aufgrund dieser enorm dominierenden, starken Bindung zwischen diesen elektrostatisch aufgeladenen Atomen ist absolut dominant. Das heißt, der Dreizehner, das ist der Dreizehner hier, ist keinesfalls Ikosaeder-förmig, sondern hat schon eigentlich die Würfelstruktur des Festkörpers. Hat also was mit dieser sehr, sehr starken Ionenbindung zu tun. Ionenbindung ist auch nicht gerichtet, die will jetzt hier nicht diese 90 Grad Wirkenwinkel haben, das ist hier vollkommen egal. Aber der Bindungsabstand, der muss genau stimmen, weil es so eine starke Bindung ist und das bedeutet, die Lösung ist die Festkörperstruktur. Wir sehen hier, das sind theoretische Berechnungen, kann man aber auch wieder im Labor überprüfen mit diesen indirekten Methoden, die ich geschildert habe. Da findet man also eigentlich mehr oder weniger für die verschiedenen großen Cluster finde ich also schon einfach Salzkristalle. Das ist ein bisschen langweilig. Die sind übrigens immer geladen, weil das geht hier nur auf für eine ungerade Zahl. Also es kann nicht Natriumchlorid N sein, das funktioniert nicht, sondern dann einen Würfel habe ich erst, wenn ich da ein zusätzliches Chloratom dran pappe. Das liegt daran, dass das eine ungerade Zahl von Atomen sein muss. Da bleibt also immer, das geht nicht auf mit Natriumchlorid N malen. Die neutralen Cluster, die haben ein bisschen andere Strukturen, aber die zugrunde liegende Struktur ist immer gleich schon ein Bruchstück des Festkörpers. Das hatte ich ja anfangs gesagt, diese Ico-Esaida-Strukturen kriege ich nur eigentlich für weiche Materialien mit ungerichteten Bindungen, die nicht bestimmte Bindungswinkel haben wollen. Die stark gebundenen Systeme oder auch kovalente und ionische Bindungen, da passiert alles Mögliche, eher was sehr dicht am Festkörper ist, zumindest hier bei diesen ionisch gebundenen Systemen. Und dann haben wir noch das Wasser. Wasser ist natürlich super interessant, das Element des Lebens und ist bei normaler Raumtemperatur flüssig und flüssig heißt, Geometrie ist ganz schwierig rauszubekommen. Und die Theoretiker rechnen dann also, wie hier gezeigt, den Grundzustand bei T gleich 0 aus. Also bei der absoluten Nullpunkt, da gibt es irgendeine stabilste Struktur. Und das Tetramär, also der Klasse aus vier Wasserstoff, vier Wassermolekülen, hat jetzt also diese Struktur hier, bildet so einen Ring. Und die Bindungswinkel und so weiter, das kann man alles genau ausrechnen in der Theorie, aber da stellt sich schon wieder die Frage, erst mal sind die Nährungsmethoden, mit denen das da ausgerechnet wird, ist das überhaupt richtig? Stimmt das? Das muss ich als Experimentator mal angucken. Ist das wirklich ein Ring? Und dann die nächste Frage ist natürlich, das sind ja Wasserstoffatome, da haben wir ja Welle-Teilchen-Charakter ganz stark, da gibt es eine Nullpunkt-Fluktuation, hatte ich erläutert. Kann man überhaupt so eine starre Struktur auch bei T gleich 0 annehmen? Oder müsste da nicht der Wellencharakter, zumindest der sehr leichten Wasserstoffatome, also Wellencharakter wird ja immer prägnanter, je leichter ein System ist, ja, ist das da eigentlich richtig? Ja, und das ist die Gruppe hier von Seikali, die machen Infrarotspektroskopie. Also wenn man in die Originalpublikationen reingeht, dann wird man sehen, dass es da durchaus experimentelle Überprüfungen gibt, und zwar kann ich die charakteristischen Vibrationsmoden vermessen. Ich hatte das schon mal im Fall der Fotoelektronenspektroskopie für das H2-Molekül gezeigt, dass man die Quantisierung der Energien, der Anregungsenergien, der Vibrationsmoden, im Wasserstoffatom gibt es da nur eine Vibrationsmode, in so einem System viel mehr, die kann ich eben vermessen. Und nicht in dem Fall, nicht mit Fotoelektronenspektroskopie, da reicht die Auflösung nicht, weil das sind sehr weiche Schwingungen, die haben also sehr kleine Schwingungsquanten, aber das kann ich mit Infrarotspektroskopie oder sogar Mikrowellenspektroskopie untersuchen. Und da sehe ich charakteristische Vibrationen von diesem Ring, der hat andere Vibrationen, als wäre es ein kompakteres Objekt und kann die Vibrationsspektren ähnlich wie die Fotoelektronenspektren mit theoretisch simulierten Spektren vergleichen und dann sagen, ja, das stimmt also mit dieser geometrischen Struktur, die meine Computer ausgeworfen haben, als vermutlich die stabilste, überein. Und dann habe ich eine Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment. Aber direkt angucken, wie das Ding aussieht, das geht eben nicht und auch nicht im Elektronenmikroskop, weil im Elektronenstrahl würde ein Wasserklaster sofort verdampfen. Das ist ein Hochenergiestrahl. Gut, und dann gibt es hier eben so spektakuläre Berechnungen, die möglicherweise auch stimmen. Das ist auch hier Sekali, ich glaube das ist überprüft eben mit Vibrationsspektroskopie. Da gibt es den Nano-Eiswürfel, den kann man sich auch in sein Glas Cola reintun. Das ist ein bisschen wenig Eiswürfel dann, aber schon dieser sehr kleine, dieses kleine Aggregat aus acht Wassermolekülen hat hier nach dieser Publikation zumindest in der Aussage diese stabilste Grundzustandsstruktur. Und über Wassercluster, Wasser-Nanopartikel, weil die so in ganz vielen Systemen, zum Beispiel im Klima spielen die eine Rolle. Jeder Nukleationsprozess, also diese Entstehung von Regen geht ja los bei so kleinen Clustern. Also da haben wir erstmal Wasserdampf, das sind einzelne H2O-Moleküle in der Luft und wenn es kühl wird und wir haben eine ausreichend hohe Sättigung mit Wasserdampf, also H2O-Molekülen, dann lagern die sich zusammen und das geht eben im Nano-Bereich los und irgendwann ist es so groß, dass es regnet und Wassertropfen runterfallen. Ein Wachstumsprozess. Deswegen auch, also natürlich auch für die Biologie sehr wichtig, Wassercluster. Eine Welt für sich, da gibt es also Forscher, die nur sowas machen und auch Nature-Artikel und alles mögliche über die Struktur der kleinsten Aggregate aus Wasser. Und genau beim Wasser haben wir eben sehr schöne Beispiele, dass bestimmte Geometrien eben nur in bestimmten Größenbereichen vorkommen. In meinen Vorträgen, wenn ich über mein eigenes Fachgebiet rede, vor Laien, also in so Kolloquien oder sowas, also nicht Leute, die selber Cluster machen, die wissen das natürlich alle, zeige ich gerne so eine Schneeflocke hier. Und die Schneeflocke, die kommt hier von Wikipedia. Alexei Kliatov hat das erzeugt, also der Urheber auf Wikipedia. Und das ist ein sehr schönes Bild hier, auch mit so einem schönen blauen Hintergrund. Und das ist wohl das Foto einer richtigen Schneeflocke. Und wir sehen die Schönheit auch und die sechsselige Symmetrie, die bei all diesen Schneeflocken immer wieder auftaucht. Und ich nutze diese Schneeflocke als ein Beispiel, dass bestimmte geometrische Strukturen, aber damit verbunden auch elektronische Strukturen, wie zum Beispiel der halbneitende Charakter vom Gold 20, nur in bestimmten Größenbereichen auftreten. Und ich hatte das auch in so einem Vortrag mal vor Physikern und Physikerinnen hatte ich das vorgetragen und gesagt, ja, es gibt ja zum Beispiel keine einen Meter großen Schneeflocken. Ja, jetzt waren ja dummerweise Theoretiker im Raum, theoretische Physiker und die sind der Meinung, es gibt kein Größenlimit für Schneeflocken. Dann gab es eine riesige Debatte, ob es einen Meter große Schneeflocken gibt. Ja, gut, das würden wir ja merken, wenn es dann schneit, würde man ja einfach erschlagen werden. Ja, weil eine einen Meter große Schneeflocke ist ja einfach tödlich, wenn die runterkommt. Ja, die gibt es einfach nicht so große. Ja, aber es gibt eben kein theoretisches Limit. Man müsste dann andere Planeten haben wie die Erde, also vielleicht viel größere Planeten mit einer viel dichteren Atmosphäre und da hat man dann eben auch viel größere Schneeflocken. Ja, na, ich weiß nicht, ob das stimmt, ob es wirklich dann so große Schneeflocken gibt. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, auf der Erde sind ein Meter große Schneeflocken sehr selten. Jedenfalls, diese ganz kleinen Wassercluster haben nicht unbedingt offensichtlich diese sechstädige Symmetrie, sondern eher so eine Würfel- oder ringförmige Symmetrie und ab einer bestimmten Größe fällt dann das sechseckige auf und wenn wir noch größer werden, dann haben wir Gletscher oder auch die beiden Eispanzer am Nord- und Südpol und da fällt die sechstädige Symmetrie dann eher wieder nicht auf. Also bestimmte Strukturen werden besonders deutlich, sie sind natürlich irgendwo verankert in Eigenschaften des Wassermoleküls selber, dass es solche Strukturen gibt. Das müssen ja Eigenschaften der einzelnen Wassermoleküle sein, also die Wasserstoffbrückenbindung, aber man kommt nicht drauf, dass das so ist. Und beim Element des Lebens, beim Kohlenstoff, da ist das noch viel gravierender. Da wurden Nanostrukturen entdeckt und darüber würde ich jetzt im Folgenden dann berichten. Die waren vollkommen überraschend für die Forscher, auch für die Theoretiker. Aber bevor ich zum Kohlenstoff komme, erst noch das Silizium, was ja auch ein sehr wichtiges Material ist. Es ist das Material der Halbleiterindustrie. Diese Kamera hier mir gegenüber, mein Laptop oder auch die vielen Solarzellen auf den Gebäuden, das ist alles Silizium. Es ist ein halbleitendes Material und deswegen kann man damit so auch künstliche Intelligenzen bauen aus Silizium. Silizium Cluster waren deswegen auch ein großes Thema und auch die geometrischen Strukturen. Silizium ist ja eben Halbleiter, hat also als Cluster vermutlich einen Homo-Lumo-Gap und deswegen hat man auch angenommen, dass mit der Größe der Silizium Cluster vielleicht auch die Bandlücke variiert. Das heißt, ich könnte aus Silizium Cluster neue Festkörper aufbauen, die hätten dann eine einstellbare Bandlücke mit der Größe. Deswegen also eine Menge Publikationen über kleine Silizium Cluster und Silizium hat als Festkörper die Diamantstruktur. Das ist also ein Atom mit vier nächsten Nachbarn und so dreidimensional, da habe ich jetzt kein schönes Bild gefunden, aber das findet man überall, da kann man also nachgucken, ist so eine Diamantstruktur, ist so eine Tetraeder-Struktur. Eine Bindung nach oben, drei in dreier Winkel nach unten und dann kommen die nächsten Nachbarn. Also nur vier nächsten Nachbarn, keineswegs eine dichteste Kugelpackung. Und das kommt dadurch, dass wir jetzt kovalente Bindungen haben, die bevorzugen ganz bestimmte Bindungswinkel und eben in diesem Fall nur vier nächste Nachbarn, statt der zwölf nächsten Nachbarn bei dichtester Kugelpackung. Ja, wir haben wieder eine Rechnung aus China, es gibt inzwischen in meinem Arbeitsgebiet, also ich würde mal denken, mehr Publikationen aus China als aus irgendwelchen anderen Ländern und auch sehr, zeige ich nachher noch ein paar Papers, auch sehr beeindruckende Publikationen. Da investiert also ein Land, das so groß ist wie ein ganzer Kontinent, massiv in die naturwissenschaftliche Grundlagenforschung. Sehr beeindruckend, die Entwicklung in China, das inzwischen sicherlich auch in der Naturwissenschaft mit zu einem führenden Land geworden ist. Ja, also wieder was aus der People's Republic, aus China, aus Xi'an ist hier die Stadt und Hangzhou weiß ich jetzt nicht genau, was was ist, aber es ist nicht unbedingt alles aus Shanghai oder aus Peking, sondern es kommen Publikationen, auch wirklich Spitzenpublikationen, auch aus Städten, die typischerweise dann einige Millionen Einwohner haben, aber von denen man noch nie was gehört hat, zumindestens nicht in Konstanz in Deutschland. Nichtsdestotrotz Spitzenforschung aus diesem Bereich. Das ist also aber auch wieder eine theoretische Berechnung hier, experimentell hat China inzwischen aber auch stark aufgeholt. In der Theorie war es traditionsgemäß schon die ganze Zeit sehr, sehr gut. Hier haben wir also Berechnungen von Siliziumstrukturen und hier haben wir den 10er Cluster. Beim Gold war der 20er Cluster was Besonderes und beim Silizium ist es der 10er Cluster. Auch das, ein halbneitendes System, hat einen Homo-Lumo-Gap, es gibt auch die Fotoelektronenspektren, der negativ geladenen Partikel davon, aber hier eben erstmal nur die geometrische Struktur. Man erkennt die tetraedrische Struktur, also mit dieser Diamantbindung, die sieht man hier gar nicht, also nur, also gut, hier haben wir so ein Element, der 7er, also das Atom, die sind durchnummeriert, sind 10 Stück, das Atom hier an der Spitze hat also diese drei Bindungen nach unten in den richtigen Winkeln, aber nach oben ist keine Bindung. Da müsste aber eine sein, weil die wollen vier nächsten Nachbarn haben, hat das Ding aber nicht. Das heißt, wir haben da eine offene Bindung. Das ist extrem unzufrieden und diese ganze Struktur ist sehr, sehr stark verzerrt gegenüber der Struktur des Festkörpers und das liegt an diesen sehr starken kovalenten Bindungen, die nach außen, Dengling-Bonds, nicht abgesättigt sind. Das heißt, das ganze System, was zwangsmäßig eben nur aus 10 Siliziumatomen besteht, das macht eine totale Rekonstruktion und verändert sich vollkommen gegenüber der Festkörperstruktur. Man nennt das hier einen Trigonal, da steht es, Tetra-Cap-Trigonal-Prism, also nennen die Theoretiker diese Struktur, das ist eine Kuchenecke hier und das sieht man so, also 1, 2, 3 ist ein Dreieck, dann gibt es von der Kuchenecke das untere Dreieck, das ist 5, 4, 5 und 6 und dann hat man eine Kuchenecke und die Kuchenecke ist dreifach an den Flächen abgekeppt und zwar die Seitenflächen meiner Kuchenecke, das sind drei Stück und Tetra ist 4, Tetra-Cap und dieses eine an der Oberfläche. Also so kann man sich diese geometrische Struktur dieses sehr stabilen Clusters, das ist also unter den Silizium-Clustern, die sowieso sehr unzufrieden sind, weil sie die offenen Bindungen nicht haben wollen, aber in dieser Struktur geht es dann einigermaßen und Silizium 10 ist eben ein besonders stabiler Cluster im Vergleich zu den Nachbarklustern und er hat auch eine Bandlücke. Die anderen Cluster nicht, die sind metallisch, wegen dieser offenen Bindungen. Die offenen Bindungen führen dazu, dass das System grundsätzlich stärker zusammenschnurrt, also es will einfach keine offenen Bindungen haben, also möglichst kugelförmig werden. Die Dichte wird erhöht im Cluster, das zieht es also stärker zusammen und das bewirkt, dass die meisten dieser Cluster metallisch sind, die haben keine Bandlücke. Also das war wohl nichts mit Silizium- Clustern, einstellbare Bandlücke. Im Gegenteil, die sind eher metallisch. Und das sind diese Systeme hier, Silizium 20 und 45 sind nochmal Systeme, wo man denkt, dass sie besonders stabil wären. Silizium 20 hier besteht aus zwei Silizium 10ern mit diesen drei verbindenden Bindungen hier und das wurde untersucht hier aus einer Zusammenarbeit, die Leute, ja das sind alles Leute, die ich auch persönlich kenne. Thomas Fraunheim-Paderborn ist das, Leischengwang, Brown University in den USA und Julius Jelinek, auch ein Theoretiker, ich glaube in Argon National Lab, in der Nähe von Chicago in den USA. Die haben das näher untersucht, das ist also eine Zusammenarbeit zwischen Experimentatoren und Theoretikern und da kam diese Strukturaufklärung hier im Vergleich zu Experimenten, das ist wahrscheinlich Photoelektronenspektroskopie von Leischengwang, Silizium 20 und Silizium 45 hier hat dann wenigstens blau markiert, ein paar Siliziumatome, die annähernd so eine Struktur haben, wie ich sie im Festkörper erwarten würde, also diese Diamantstruktur, aber die Oberfläche ist stark verdichtet gegenüber dem Festkörper, so kann man sich das vorstellen und der Cluster ist metallisch. Also durch diese offenen Bindungen an der Oberfläche ein Zusammenschnurren, die wollen irgendwie ihre Bindungen doch noch zusammenbringen und dadurch wird die Oberfläche metallisch. Übrigens beim Silizium Einkristall ist es so, dass einige dieser Facetten, ich glaube die 1.00 Oberfläche von Silizium ist als zweidimensionale Fläche ebenfalls metallisch, ist also keineswegs halbleitend, auch weil sie z.B. diese D-Mehr-Bildung da auftritt, als Oberflächenrekonstruktion. Also hier bei den Silizium-Clustern wieder ganz andere Bedingungen als bei den Gold-Clustern, also Metall-Clustern, andere Bedingungen als bei den Edelgas-Clustern und andere Bedingungen als bei den Natrium-Chlorid-Clustern. Hier keine Ähnlichkeit mit dem Festkörper. Ja, da kommen wir zu den Kohlenstoff-Nanostrukturen und Kohlenstoff ist ja das Element des Lebens und da ist eben richtig was los. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Strukturen und es gab zwei Nobelpreise für Physik, für Kohlenstoff-Nanostrukturen. Einer richtig für Cluster, das ist das C60, dieser Fußball aus 60 Kohlenstoffatomen, eine Hohlkugel und 2010 hier den Nobelpreis für Physik, für Graphen. Das ist eine Monolage von Graphit. Also Kohlenstoff hat es immerhin zu, vielleicht gibt es noch mehr, weiß ich gar nicht genau, aber jedenfalls zumindest zwei Nobelpreisen geschafft als ein einziges Element. Und darüber werde ich jetzt im Folgenden sprechen. Jetzt also Kohlenstoff-Cluster und Kohlenstoff-Nanostrukturen. Zunächst mal Kohlenstoff überhaupt. Kohlenstoff hat zwei Haupterscheinungsformen, also reiner Kohlenstoff. Es gibt noch ein paar mehr, aber das sind die beiden wichtigsten, die glaube ich auch alle kennen, das Diamant und Graphit. Also Diamant, das hat diese schönen Kristalle hier, ist auch ziemlich teuer und hat eben die Diamantstruktur. Hier auf Wikipedia kann man das also sehr schön, solche Animated GIF, die sich da bewegen, kann man also downloaden. Wir sehen hier also, dass jedes Kohlenstoffatom in der Diamantstruktur, ähnlich wie beim Silizium, vier Nachbarn hat in diesen Tetraeder-Winkeln ist das. Also so ein bisschen schwer, sich das dreidimensional vorzustellen. Deswegen hier dieses Gezappel, da kann man das hoffentlich ein bisschen besser erkennen. Graphit ist eine andere Struktur, ist aber auch reiner Kohlenstoff und ist eh nicht stabil. Und das Äquivalent von Graphit gibt es beim Diamanten, äh beim Silizium nicht. Silizium und Kohlenstoff stehen übereinander in der Hauptgruppe vier und man sollte jetzt meinen, dass es beim Silizium vielleicht auch so eine Graphit-Struktur gibt. Also auch aus reinem Silizium gibt es aber nicht. Silizium kommt nur in der Diamantstruktur vor. Ja, Kohlenstoff hat also hier diese Schichtstruktur auch als eine stabile, eine stabile Konfiguration. Die ist sogar ein bisschen stabiler als die Diamantstruktur. Sonst hätten wir sehr viel mehr Diamanten auf der Erde, aber vielleicht kein Leben. Weil diese unterschiedliche Hybridisierung, die elektronische Konfiguration der Kohlenstoffatome, dass die in SP3 und SP2 Hybridisierung, das so nennt man das, das sind die S und P-Orbitale des Atoms, dass die so nah beieinander liegen energetisch. Das ist eine Besonderheit des Kohlenstoffs und beim Silizium liegen sie eben weiter auseinander und da ist nur SP3 stabil. Wenn das beim Kohlenstoff auch so wäre, dann wäre es vorbei mit dem Leben, glaube ich. Also würde ich mal vermuten. Also diese Hybridisierungsmöglichkeiten bewirken zumindest bei den Nanostrukturen eine ungeheure Vielfalt. Ja, das sind also diese meisten Kohlenstoffcluster, die wir kennen, die sind im Wesentlichen Grafit-ähnliche Systeme. Und Grafit ist eben so ein schwarzes Material, kann man auch Ruß nennen und es gibt es aber auch Kristallinen in der Natur. Sieht man hier leider nicht so gut. Es sieht aus in diesem normalen Foto, hier so eine Mikroskopaufnahme im Optischen, als würde es auch so glänzen wie der Diamant. Es ist aber undurchsichtig. Grafit ist ein elektrischer Leiter, ist schwarz, bildet aber auch solche Kristalle und die Grafit-Kristalle, die glänzen eben an der Oberfläche. Es ist ein metallischer Glanz, weil es eben auch leitfähig ist und besteht aus diesen nur mit Van der Waals verbundenen Flächen. Es sind also eigentlich zweidimensionale Atomdicke Lagen, die in sich eine Wabenstruktur haben. Es sind also lauter solche Sechserringe. Und diese Ebenen sind gegeneinander sehr schwach verbunden. Deswegen ist es ein Schmiermittel. Ich kann die Ebenen sehr gut gegeneinander verschieben, obwohl die Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung auch im Grafit, also innerhalb der Ebenen, ist eine der stärksten Bindungen überhaupt und deswegen, kovalente Bindung, deswegen ist eben Diamant auch das härteste Material und sehr, sehr stabil. Und Kohlenstoff in der Form von Grafit ist auch das Material, was erst bei sehr, sehr hohen Temperaturen nicht schmilzt, schmilzt es glaube ich überhaupt nicht, jedenfalls nicht bei einem normalen Druck, sondern es sublimiert. Es verdampft sofort in die Gasphase und das weit oberhalb von 3000 Grad. Das heißt, in Hochtemperaturanwendungen, wie zum Beispiel in Fusionsreaktoren, ich mache eben auch die Kern- und Teilchenphysik-Vorlesung, da fällt mir als Beispiel für die Anwendung des Hochtemperatur mit Materials Grafit als erstes der Fusionsreaktor ein, der ist von innen, zumindest einige Versionen sind von innen ausgekleidet mit Grafit-Kacheln, weil es eben eine so starke Bindung ist, die nicht so ohne weiteres auch thermisch gebrochen werden kann. Also ich glaube, eine ganze Ecke oberhalb von 3000 Grad, dann sublimiert das Material. Das ist, also Weißknut fängt ja bei 1200, 1300 Grad an, das ist also superweißglühend dann und hält immer noch. Gut, das ist also Grafit. Zwei verschiedene Systeme vom Kohlenstoff, beide brennen. Also auch bei Diamanten wäre ich jetzt vorsichtig in der Nähe von Feuer. Ich glaube, Diamanten brennen auch. Nur Kohlenstoff verbrennt eben zu dem berühmten Kohlendioxid. Warum ist das so ein Unterschied zwischen Silizium und Kohlenstoff? Und das liegt an dieser Lage der 2s und 2p bzw. beim Silizium 3s und 3p Orbitale. Das sind die Unterorbitale mit unterschiedlichem Bahndrehimpuls bei der Hauptschale 2 oder Hauptschale 3 im Periodensystem. Wie gesagt, Silizium steht einen Tick weiter unten. Und ich habe hier mal, das sind die möglichen Atomkonfigurationen oder Atomzustände des isolierten Kohlenstoff- und isolierten Siliziumatoms. Die kann man spektroskopisch untersuchen. Mache ich also so einen Atomdampf und mache da Spektroskopie dran. Und da kann ich sehen, was für Anregungszustände ich habe. Also beim Natriumdampf wäre das eben diese Natrium-D-Linie, die superintensiv ist. Und hier haben wir eben andere atomare Zustände. Die sind ja aufgelistet. Das ist hier eine Publikation. Da sind diese Datentabellen beim NIST. Das ist eine Institution in den USA, die solche Daten sammelt. Da kann man das also downloaden. Sehr praktisch. Und hier haben wir einen Anregungszustand. Und zwar ist die Grundzustandskonfiguration 3s², 3p². Zwei Elektronen im p-Orbital, zwei Elektronen im s-Orbital von der Schale 2. Das sind vier Elektronen. Also die Hauptgruppe 4 im Periodensystem. Beide. Und das eine mal ist es 2s und das andere mal 3s, 3p. Okay. So, und jetzt will ich mal überlegen, für diese Diamantstruktur brauche ich eine, gehen wir nochmal zurück, eine sp3-Hybridisierung. Da muss ich zwischen der sp2 zu sp3, muss ich ein Elektron in einem p-Orbital anheben. Ich brauche also eine Anregungsenergie von einem s-Elektron in einem p-Elektron, mal ganz einfach gesprochen. Das heißt, irrelevant wäre eine Anregung in einen Zustand von 3s², 3p² in 3s, 3p³. Dann hätte ich ein s-Elektron in ein p-Orbital hochgehievt. Und das brauche ich für die Diamantstruktur. Ja, und wo bin ich da? Das kostet hier einen Haufen Energie. Deswegen ist hier nur eine, das geht jetzt in die falsche Richtung. Also es ist dann nur eine Hybridisierung ist stabil, weil die Energie, die Energie ist hier, das ist der Level, ja, es ist in pro Zentimeter angegeben. Das ist eine Energieeinheit. Das merkt man bloß nicht so. Das sind Wellenzahlen, die kann man umrechnen in Elektronenvolt. Das ist eine Bezeichnungsweise der Spektroskopiker, die solche Daten an Atomen erheben und die denken eben statt in Energie, also Joule wäre das jetzt für die normale Physik, die denken eben in Wellenzahlen. Und 8.064 Wellenzahlen, also pro Zentimeter, die kann ich umrechnen, das gibt ein Elektronenvolt. Das ist die Wellenlänge von der Infrarotstrahlung, die mit einer Photonenergie von einem E-Volt die Wellenlänge entspricht, glaube ich jedenfalls. Na gut, das kann ich also 8.000 zahlen, dann kriege ich das in E-Volt. 45.000 Wellenzahlen und, achso, jetzt ist es ja doch richtig hier. Und hier beim Kohlenstoff ist es 64.000 Wellenzahlen. Also ein gewaltiger Unterschied von 50 Prozent, also 45 gegenüber 64.000 Wellenzahlen für die Anregungsenergie in die SP3-Hybridisierung. Die ist also höher hier im Fall des Kohlenstoffs und beim Silizium ist sie niedriger. Und deswegen hier die Bevorzugung, es ist doch richtig rum, die Bevorzugung des Siliziums für die SP3, für diese Konfiguration hier. Also damit habe ich jetzt versucht, diesen Unterschied der beiden Festkörpermaterialien, Kohlenstoff und Silizium, im Kohlenstoff zwei Erscheinungsformen, die ungefähr die gleiche Energie haben, also Wahrscheinlichkeit, dass sie stabil sind bei Normalbedingungen, Graphit und Diamantstruktur und beim Silizium aber nur die Diamantstruktur. Und das kann ich damit verknüpfen, da muss man ein bisschen länger darüber nachdenken. Aber die Ursache muss in den Eigenschaften der Atomen liegen, also in den Eigenschaften der Atomorbitale. Und hier gibt es einen Unterschied, nämlich in der relativen Lage der 3s und 3p relativ zu den 2s und 2p-Orbitalen. Und da ist der energetische Abstand im Kohlenstoff größer, sodass ich hier eine Bevorzugung habe, dass es überhaupt in Frage kommt, eine SP2-Hybridisierung zu machen. Die kann ich im Silizium nicht machen, die kostet zu viel Energie. Also es ist ein bisschen komplizierter, ich habe es jetzt versucht, so einigermaßen anschaulich zu erklären. Also jedenfalls dieser energetische Abstand in den Eigenschaften der isolierten Atome ist die Ursache, das Fundament dafür, dass ich beim Silizium eben nicht diese Graphitstruktur habe, sondern nur Diamantstruktur. Und deswegen sehen die Siliziumcluster so komisch aus. Das sind immer Bruchstücke der Diamantstruktur und haben eine fürchterliche Oberflächenrekonstruktion wegen dieser offenen Bindungen. In der Graphitstruktur, und die Cluster haben alle Graphitstruktur, hauptsächlich. Es gibt hauptsächlich diese SP2-Hybridisierung in Clustern. Und warum? Das wird gleich klar, weil es einfach in Graphit viel besser ist, von die Dengling-Bonds loszuwerden für ein endliches Teilchen. Denn das hier unten, das ist der Kohlenstoff C60-Cluster und das ist eine Graphitstruktur. Es ist einfach Graphit und die meisten dieser Cluster im Größenbereich sind Hohlkugeln. Und dafür gibt es einen ganz einfachen Grund. Also ein Kohlenstoffcluster in diesem großen Bereich ist eigentlich ein Bruchstück vom Graphit. Aber mit der Randbedingung, es will keinen Rand haben. Wir nehmen die zweidimensionale Graphenfläche, also eine Monolage Graphit und stanzen da, so wie mit einem Locher aus dem Papier, was ich abheften will, eine kleine Scheibe aus. Dann haben wir hier eine Graphitscheibe und die hat diese Dengling-Bonds an dem Rand dieser Scheibe. Die sind energetisch ganz ungünstig. Das heißt, diese Scheibe wird jetzt irgendwas machen, um diesen Rand loszuwerden. Und wie werde ich den Rand los bei einer Scheibe einer zweidimensionalen Fläche? Ich mache jetzt, ich kann die Oberfläche krümmen, dass sie nicht total starr ist. Und das ist sie nicht. Ich kann die Oberfläche krümmen, indem ich Fünferringe einbaue. Also die Graphen, Graphen ist eine Monolage vom Graphit. Ich gehe nochmal zurück. Brauchen wir mal einen Graphit. Hier ist der Graphit. Man sieht, das sieht jetzt leider nicht so ganz deutlich, aber das sind lauter Sechserringe. Das ist so ein Wabenmuster. Und wenn ich in einen Sechserring, eine Ebene mit Sechserringen, die das Raum ausfüllen, die geht ins Unendliche, wenn ich da eine Fehlstelle habe, da fehlt ein Atom, da habe ich einen Fünferring. Und dieser Fünferring in der Sechser-Ebene, in der Ebene von Sechserringen, die zwingt die ganze Ebene zu Nadelle. Die ist auf einmal gekrümmt. Ich kriege also eine Krümmung hin hier mit Fünferring. 1, 2, 3, 4, 5. Hier sind also Sechserringe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und Fünferringe nebeneinander, um diese Hohlkugel hinzukriegen, weil die Fünferringe brauche ich für die Krümmung. Das heißt, ich habe eine Störung der Graphit-Struktur der Sechserringe, indem ich Fünferringe einbaue. Die ist aber relativ klein. Und dadurch kann ich die Krümmung machen. Und ich brauche, ich glaube, 12 Fünferringe, um eine Kugel hinzukriegen. Also 12 Mal die Krümmung meiner Ebene durch einen Fünferring macht mir insgesamt eine 360, also das ist ja 4 Pi, also in 3 Dimensionen, diese Kugelkrümmung. Ja, und deswegen ist das alles, diese Cluster mehr oder weniger Graphit, weil damit kann ich nämlich Hohlkugeln bauen. Und Hohlkugeln haben keinen Rand. Und das ist super gut. Und die paar Fünferringe, die jetzt energetisch ungünstig sind, die machen aber nicht so viel. Deswegen in diesem Größenbereich, da gibt es auch eine kleinste Hohlkugel, die besteht nur noch aus Fünferringen. Das ist Kohlenstoff 20, glaube ich. Ja, die ist aber dann nicht mehr so besonders stabil, weil ich das Graphit in zu starke Krümmung zwinge. Und die Fünferringe, die können das zwar noch machen, also man braucht diese 12 Fünferringe und da kommt, glaube ich, aus Lösung 20 raus oder sowas. Das System ist dann doch nicht das Stabilste. Da sind dann wieder andere Dinger stabil bei den noch kleineren Clustern. Also so ab 32 etwa Kohlenstoffatomen dominieren absolut die Hohlkugeln. Weil eine Hohlkugel ist die Lösung für die Graphitebene, dass ich keinen Rand habe. Und Diamantstruktur kommt sowieso nicht in Frage. Für diese kleinen Cluster, da hätte ich diese Diamantbindungen wie beim Silizium, die sind energetisch ganz schlecht. Es gibt also keine Kohlenstoffcluster in Diamantstruktur. Also jedenfalls reiner Kohlenstoff. Gut, also wir haben diese Hohlkugeln. So, und dann haben wir, man kann diese Hohlkugeln zum Festkörper kondensieren. Dann hat man einen Festkörper aus lauter Hohlkugeln, ich zeige gleich ein paar Bilder, die interessanterweise gegeneinander auch noch rotieren können. Also dieses C60, ein Fullerit, das ist der Festkörper, reiner Kohlenstoff. Eine neue Erscheinungsform wurde eben deswegen der Nobelpreis dann eben auch möglich, aus C60 das zu synthetisieren. Die Kugeln sind so schwach Van der Waals mäßig gebunden, dass sie gegeneinander rotieren bei Raumtemperaturen. Die können also in ihrem Bett im Festkörper, also lauter C60s, können die relativ zueinander rotieren. Die sind schwach gebunden, das heißt das Material verdampft relativ früh. Ich glaube bei 200 oder 300 Grad Celsius sublimiert das Material aus C60, das Fullerit. Also C60 hier, das ist metastabil. Ja, stabil als die wirkliche Festkörperstruktur ist nur das Graphit, hat eine Dichte von 2,22 Gramm pro Kubikzentimeter, ist also dichter als Diamant, erheblich dichter, weil im Diamant mit dieser relativ geringen Zahl von nächsten Nachbarn, es sind nur vier nächsten Nachbarn, habe ich eine geringe Dichte, aber diese starken kovalenten Bindungen in SP3-Hybridisierung, die wollen das eben. Also eigentlich würde man denken, das ist jetzt energetisch wirklich super ungünstig, diese geringe Dichte, aber das liegt daran, dass eben das Atom selber da eigentlich auch ziemlich zufrieden ist in der Diamantstruktur. Die beiden Strukturen sind also bei Normalbedingungen einigermaßen kompetitiv, sind also ungefähr gleich in der Energie und den Diamant, den kriege ich eben nur unter bestimmten Umständen. Er ist metastabil, also mit der Zeit, wenn ich so ein paar Jahrmillionen warte, dann würde sich so ein Diamant umwandeln in Graphit bei endlicher Temperatur, außer ich habe sehr hohe Drücke oder sowas. Dann habe ich wieder andere Bedingungen. Bandlücke, ja, Diamant ist durchsichtig, hat eine riesige Bandlücke, ist also ein Isolator, Graphit ist ein Metall und der Atomabstand hier, der ist ganz unterschiedlich. Die Ebenen haben eben sechs Angstströmen Abstand, das ist ein riesen Abstand von der Walsbindung und in den Ebenen habe ich die Atome aber sehr dicht gepackt, deswegen die hohe Dichte hier und im Silizium habe ich nur einen Bindungsabstand für diese Diamantbindung. Und im C60-Festkörper, also Fullerit heißt der, da habe ich eben wieder reinen Kohlenstoff, wieder andere Eigenschaften, die Dichte ist noch, nee, Moment mal, im Diamant ist die Dichte höher, so rum ist richtig. Die Dichte ist, dann habe ich aber verkehrt rum argumentiert. Wir haben nur vier nächsten Nachbarn und die Bindungslänge ist 3,57 Angstströmen. Achso, und hier haben wir den großen Abstand zwischen den Ebenen. Also die Dichte mit einer höheren Zahl, das habe ich jetzt verkehrt rum erzählt, ja, also die Dichte ist höher, deswegen kriege ich Diamant aus Kohlenstoff geformt unter sehr hohem Druck. Wenn ich sehr hohen Druck, also so zum Beispiel im Innern der Erde habe, dann ist für den Kohlenstoff es günstiger, doch in die Diamantstruktur zu gehen, weil da die Dichte höher ist. Er weicht also aus, nimmt weniger Platz ein, wenn er Diamant, dieselbe Zahl Kohlenstoffatome in Diamantstruktur nimmt, also weniger Platz ein, hat eine höhere Dichte. Im Grafit braucht es einen größeren, mehr Platz, weil diese Ebenen so großen Abstand voneinander haben. Und im C60 habe ich diese Kugeln und die haben ja sogar Leerräume zwischen den Kugeln und rotieren gegeneinander, haben eine schwache Van der Waals-Bindung, da ist die Dichte noch geringer. Also eine ganz geringe Dichte, 1,7 Gramm pro Kubikzentimeter. Wenn er noch ein bisschen leichter wird, dann schwimmt das Zeug sogar. Nein, es schwimmt natürlich nicht, also es wäre bei einem Gramm pro Kubikzentimeter. Er hat eine Bandlücke wie im Halbleiter, 1,5 E-Volt, Cytium ist 1 E-Volt, ist also ein halbleitendes Material. Und die Viecher haben einen Durchmesser von ungefähr einem Nanometer, also 10 Angströmen. Und das hier sind die Bindungsabstände innerhalb der Kugel hier. Und das noch besonderere ist, es ist nicht nur C60, sondern es gibt eine ganz große Vielfalt von solchen Kugeln. Und zwar C70, C84, das sind wieder relativ stabile Kugeln, Hohlkugeln, alles Hohlkugeln. Und im Prinzip geht es immer größer. Ich kann auch ganz große Hohlkugeln bauen, im Prinzip, so wie bei den Schneeflocken. Die werden nur immer instabiler, das sind so Zeppeline. Ich kann auch noch, das haben auch Leute gemacht, die haben in die Hohlkugel Heliumatome reingebracht, die bleiben sogar drin. Also Helium ist ja sehr stark, das kann ja sogar in Metalle eindiffundieren. Aber in so einem C60 in der Hohlkugel oder auch größeren Hohlkugeln, C84, kann ich Helium reinbringen und das sind dann Nanozeppeline. Ja, also die schweben natürlich nicht, weil es alles im Vakuum ist, aber es ist ein schönes Wort, Nanozeppeline. Ja, ich kann also Helium da reinbringen und das nennt man dotieren. Ich kann diese C60s hier, nochmal dieses Bild, die kann ich mit Fremdatomen dotieren. Und zwar kann ich erstmal Fremdatome reinbringen. Ich kann in die Hohlkugel was reintun, zum Beispiel ein Lantanatom. Deswegen Lantan, weil das offenbar was sehr Stabiles ist, ist es relativ einfach, diese C60s zu erzeugen aus verdampften Grafit. Und wenn ich da Lantanatome als Dampf mit zusätzlich anbiete, dann sind diese Lantanatome Kondensationskeime, dass ich von selber eine C60 haut oder auch C70 haut oder C84, es war irgendeine besondere Zahl von Kohlenstoffatomen von selber drumherum aggregiert. Und dann kriege ich ein Endohedral, so heißt das, ein Endohedrales Fulleren, da ist ein Lantanatom eingepackt in diese Hohlkugel. Und das ganze Aggregat, das war glaube ich eine bestimmte Zahl von Kohlenstoffatomen, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ich glaube Lantan C82 oder irgend sowas, das war besonders stabil. Und daraus kann man wiederum einen Festkörper bauen, also ein Material, reiner Kohlenstoff aus lauter Fulleren, ein bisschen größer, und in der Mitte sitzt endohedral eingepackt ein Atom. Ja, dann kann ich es noch in die Wand packen, dann habe ich ein Fremdatom in der Wand dotiert oder außen, das heißt dann exohedral. Und exohedrale Festkörper aus C60, in die man Natrium oder Cäsium dotiert hat, in die Zwischenräume zwischen diesen Kugeln, da sind ja Zwischenräume, dieses Material hat sogar sehr spezielle supraleitende Eigenschaften. Es ist ein, nicht gerade ein Hochtemperatur-Supraleiter, aber immerhin ein Supraleiter, der eine außergewöhnlich hohe Sprungtemperatur hat. Also es gelingt eben mit diesen Hohlkugeln aus Kohlenstoff mit unterschiedlichen Größen, C60 ist bloß der Stabilz, aber es gibt da noch andere, es gelingt es eine Vielfalt von neuen kohlenstoffbasierten Festkörpern zu synthetisieren, mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften. Also Kohlenstoff wirklich das Element des Lebens mit ganz vielen, ganz unterschiedlichen Eigenschaften. Und darüber will ich nächstes Mal noch mehr berichten. Wir sind noch immer in diesem Kapitel geometrische Strukturen von speziellen Nanopartikeln und betreten jetzt den Bereich der Kohlenstoffcluster, da gibt es auch ganze Konferenzen drüber, Cluster und Nanostrukturen und wir gehen weiter noch bis zu den Nanotubes. Das sind Fäden aus Kohlenstoff, und mit solchen Nanotubes könnte man, wenn man das könnte, man kann es leider nicht, also rein technisch nicht, aber man könnte damit dreidimensionale Netzwerke erzeugen. Die halbleitenden Eigenschaften haben einige der Nanotubes, die also ein Weg wären, um dreidimensionale Computer zu erzeugen. Denn unsere normalen Computer, die werden ja mit lithographischen Methoden erzeugt, das sind immer nur zweidimensional vernetzte Systeme, es sind Oberflächen von Siliziumchips zweidimensional. Und unser Gehirn ist aber dreidimensional vernetzt und deswegen ist die Leistung des Gehirns nach wie vor wesentlich höher als die jedes Computerschips oder auch von vernetzten Computerschips. Aber mit Nanotubes könnte es gelingen, also Kohlenstoffnanotubes, dreidimensional vernetzte Netzwerke aufzubauen, ähnlich den neuronalen Strukturen in unserem Gehirn. Leider können wir das nicht. Wir können nicht dreidimensional hantieren mit Nanoobjekten, bisher jedenfalls noch nicht. Aber da kommen wir das nächste Mal zu Kohlenstoffnanostrukturen und diese große Vielfalt in dem Bereich in der nächsten Doppelstunde. Vielen Dank für diesmal und bis zum nächsten Mal.